Will ich das hier gut umsortiert? Jetzt! Ach! Hä? Hat es irgendwie nicht so gebracht. Okay, dann äh... Inventory is full. Habe ich irgendwas dabei, was ich wegschmeißen kann? Hallo und ups. Da ist mir doch gerade glatt meine Aufnahmefestplatte vollgerödelt. Und darum fehlen jetzt ein paar Minütchen der Aufnahme. Ist mir Gott sei Dank aber noch rechtzeitig aufgefallen, bevor ich zu weit gespielt habe. Dementsprechend, ähä, sorry dafür. Viel ist auch nicht passiert. Effektiv, was ich verpasst habe, ist mein Weg von oben vor der Wehrwolfhöhle hier runter zum Lager. Und, äh, das Leerverkaufen des Inventars. Ich hoffe, meine, äh, Backupfestplatte reicht jetzt noch aus, um, äh, die nächste halbe Stunde noch aufzunehmen. Ähm, dementsprechend, ja, äh, fangen wir mal an und beten dafür, dass die Festplatte nicht wieder, äh, voll wird. Gut, weiter geht's. Äh, wir haben ja noch ein bisschen was von der Karte zu erkunden. Das würde ich gerne noch machen, bevor wir uns dann in den, äh, Wehrwolfbau begeben. Und, starten wir doch direkt mal damit wieder. Nebenbei, ich hab zwischendurch, äh, die Zeit auch gleich genutzt, um eine kleine Pause zwischen den Aufnahmen zu machen. Um wieder mit frischem Elan in die ganze Geschichte reinzugehen und, hallo, Wehrwölfe. Weiß nicht, stopp. Oh. Oh, wie cool. Wie cool ist das? Sollen sie sich doch gegenseitig kalt machen, ersparten wir die Arbeit. Mwahaha. Wow, das nenn ich mal Fußabdrücke. Äh, äh. Die könnten es ja gleich mit meiner Schuhgröße aufnehmen. Hm. Hm. Ich habe so das miese Gefühl, dass wir gegen etwas in der Größe auch noch kämpfen dürfen. Naja, schauen wir mal. Ähm. Yeah. Ja. Was wann, dann ist das Jägers Lust. Tja, da würde ich sagen, haben wir von der Karte alles und haben auch, glaube ich, hier soweit alle Quests erledigt. Zumindest nicht das, was ich gefunden habe, dann hinein in die Wehrwolf-Höhle, oder wie ich es auch gerne nenne, das Heim von Herrn Okami. Huhahaha. Hühversprechend. Komm zu Papa! Fässer! Fässer! Ich hasse Fässer! Und Kisten! Oh, Leichen! Kisten! Kisten, Kisten, Kisten! Wechselweißen! So! So! Mal schauen! Wow! Hallo! Der schickt mich ja fast mit einer Kelle über die Wupper! Geier! Ja! Wow! Okay! Wir sind im Ink! Okay! Jetzt habe ich bei Dotus auch! Was? Was? Äh... Ehh... Wechselweiß! Hm! Ah! 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 neugierig das gefällt mir doch schon ruiz habe ich gesagt ja 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 Oh mein Dinger. Kein Beschwörungssiegel hält mich auf. Huch. Hoppala. Ich hoffe das hat jetzt zu keinem Opa im Video geführt. Habe mich gerade leicht verklickt. Ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht machen. Ja. Gut. Der. Aber er hat was für euch. Aus der Abendkasse. Ist das nicht zu knapp? Ja also. Da kommt meine kleinen wolfies. Kommt her. Kommt zu Papa. Och du Heiljahr. Äh, da muss man fließ, weil da fließt. Oh, er ist schon wieder. Na komm. Oh, er ist schon wieder. Ich habe das Gefühl, ich lasse ihn mal in Ruhe. Ich habe das Gefühl, ich lasse ihn in Ruhe. Ich habe das Gefühl, ich lasse ihn in Ruhe. Ich habe das Gefühl, ich lasse ihn in Ruhe. Und eine völlig Pointe. So, es scheint. Ich sage das. Good deeds sind immer Pointe. Das heißt, du will answer meine Fragen. Certainly. Aber ich muss zurück in die Stadt sofort. See you there. Na dann. Hey. Bye. Bye.